guten tag meine damen und herren willkommen in franschhock heute beim lieux plaisant malen weingut in einer der schickesten pro lokale südafrika kann man sich in gemütlichkeit verweilen aber die wichtigste frage wie immer wie gut sind die weine die malenue familie macht schon seit zehn jahre wein unter ihrer eigene marke und seit fünf jahren mit her die malenue lieux plaisant serie und es ist ohne zweifel eine der besten weine südafrikas nur die besten reden aus dem swatland stellenbosch und franschhock werden für die weine hier benutzt besuchen sie uns heute noch bei www.weinprobe.co.za